warm tot nein ich will kämpfen ja da geh da ist einer guck Achtung auto kommt jetzt haben sie es aber richtig gegeben um uns da rauszukriegen wir haben endlich hier umgelegt das war geil da kommen wir hierher ok was legst du hier so faul rum einfach mach GAMF nein 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 ich hab mir jetzt die ganze Zeit die ganze Staffel voll gekauft also die ganzen alle Alfa auch eine gute Führer fand ich Mann was fall ich denn heute nur überall runter Alba ne ich schrieb ihr könnt mich alle am Arsch schwecken ihr gottverdammte Huren Böcke ja hab ich jetzt geschrieben ihr könnt mich an den Arsch ficken ich kaufe euch nie wieder was ihr gottverdammte Schweine so halt und dann haben sie geschrieben dass ich nicht so ungefähr ich schicke dir mal irgendwann mal kannst du es mal lesen was ich geschrieben habe dass ich halt aggressiv wäre und nicht nicht geeignet werdet euch hier Pizze hab ich nochmal zurückgeschrieben ihr könnt euch die gestellten Arsch schieben hier und so weiter was erbricht das bieten hm und ja da mögen die mich drüber ich bin ganz nah dran aber ich werde gleich wieder erledigt werden ich staub mal was bist du bei mir? ich komme zu dir hier, Erfiel, beschadet dich! da bist du ja wieder! Leute! Ja, ein Stück Bastard! die Schläge wir haben nämlich alle eben getroffen, doch nicht getroffen uh! Deckung das ist echt ein ungünstiger Sturm ich krabbel mich so langsam vor so krabbeln ist ja was feines ja du musst ja echt jedes strategisch taktische Element auskosten da kommen alle gut ran ich krabbel mal rüber auf die andere Seite ich komme dann von hinten ich sehe gar nichts ich sehe nur Staub da kriegt einer durch den Krab ey! die scheisse von da hinten von hinter uns ach man fick dich doch du hässlicher scheisse wenn ich jetzt umstehe komm komm zu mir und krabbel mit ich bin direkt vor A direkt am Baum ich sehe es bist du da? ja ja und dich da hinten liegen noch welche ich stürme jetzt mal vor ja, eine stürmen, eine liegen oh, da ist er eine Trakspanslere warm dort wir haben nicht in meiner ecke erschossen ich liege an der kammer also ich habe falsche richtung sehr schön lebst du die idioten die merken nicht dass wir da sind ich habe sie sehen wo der schrothlin hat er dich weggenommen die idioten merken nicht dass wir da sind die sind alle jetzt mit mit der linken seite beschäftigt dann komme ich bin hinter dir deswegen ist keine sau da oder wie macht er das alter und hier ist der medizin ich habe die medizin in den geilen arsch gesteckt da geht kein bleib liegen da kommen die kommen bitte warum renzen die männer tot du willst nicht leben ich will kämpfen ja da geh ich krabbel hier durch als wäre ich hier der flachmann Mann jetzt schießt er mich von dort ab alter das kann doch nicht sein warte ich komme gleich wieder zu dir wie wird man hier eigentlich rankommen alter wollen wir unser auto holen was habe ich denn hier schönes ich habe einen flammenwerfer wer damit jetzt renne ich los und brennen die hunde ab schießen sie schon wieder auf mich ja ich habe auch schon eine abgekriegt eben wo war der schutz hergekommen der kann mich doch gar nicht gesehen haben der ein kilometer entfernt da kommt die nur dazu vor dir ich hab ihn der wollte dich umbringen ja ich habe ihn angegriffen ja ich habe ihn direkt angegriffen krampen krillt den hensler junger auf au 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 komm schon sein von hinten der dreckig ey sorry hahaha 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 wir haben noch 50% unserer truppen die helft unserer soldaten sind tot schon wieder die helft unserer soldaten sind tot schon wieder schatten schatten sehr schön hast du gesehen schatten hm ja boom da liege was so findet ihr aber wie wie denn alter noch der typ der scheiß sniper komm alter hebe ich dich mal auf ja da habe ich hier einen aufhoben so eine arme seele vorne hier medizin muss nicht leiden so ein hund du hast doch auch wieder so eine ding ausgesucht so eine scheiße oh oh ey wie mir diese sniper auf den sack gehen ja bei dem bin ich ja hahaha 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 im nasse wasser der idiot hahaha hahaha mach ich jetzt für den fingerpult Achtung oh Panzer alter oh ich habe nichts was ich kehrt zurück ins kampfgebiet ich habe nichts was ich gegen Panzer einsetzen kann das ist doch kacke oh der ist da ich habe aber da ist er der wird mich kleine arsch drehen der Panzer ich stehe direkt beim Panzer oh ich bin zu duft zum schießen ich komm ich bleib liegen halt drück aufs klöpfchen der Panzer ist da Ai 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 ich kann gar nie zu schnell reden Nee das bringt nichts und noch einer von der anderen Seite stoked bleibt am Leben ich komm so zu hier ne ich bin beim Hurm ich hab acht их kann Geh unter dich. Mein Problem ist, dass ich konnte... Was? Wie sieht er mich denn? Alter, bitteschön. Zack, da ist er. Hier, Medizin. Ja, er ist der Heser für dich. Scheiße. Was? Hast du gesehen? Ich trägst nur, dann hab ich die Beine weggeballert. War der scheiß Panzer noch da? Ja, ja, Mann. Du hast doch Panzerfaust, Alter. Mach ihn weg. Ja, ich hab ihn verbraucht. Ich hab leider nicht mehr drin. Aber ich hab... Oh, er lebte immer noch. Da oben liegt da noch einer. Aber da trau ich mich nicht hin da. Auf der Brücke liegt einer, ja? Da gibt's einen. Warte, ich spring drüber und mach ich kalt. Ich hab ihn kalt gemacht. Ich hab ihn kalt gemacht. Yeah. Ja, bleib ich hier im Rest des Spiels immer der Brücke, Mann. Wir bleiben einfach hier in längeren Anno. Scheiß Panzer, Jun. Das ist die Gurke. Ach guck. Ach guck. Ach guck. Ach guck. Ach guck. Ach guck. Jetzt kommt schon wieder einer eingetrappelt. Der hat gedacht, der wär schlau. Ja. Er dachte, er kann uns umlegen einfach so. Einfach ist es mit uns geknett. Nee. Das ist gut. Da rennt einer mutig. Dort ist mutig. Der scheiß Panzer. Achtung, Achtung. Da kommt eine. Hab ich, hab ich. Ja. Was haben die dort rotes markiert? Was ist denn das? Das ist das Hindu. Achtung, Achtung. Artillerie. Ich hab schon erledigt das Ding. Gut. Macht richtig Spaß hier. Die Spommen da abends wieder. Pass auf, der kommt gleich wieder. Schwester? Ja. Ja. Da kommt der. Achtung. Sehr gut, ey. Fast hat mir einer reingepresst. Fast was passiert. Da ist der. Ich hab das Spamm-Ding gefunden. Jetzt ist vorbei mit dem Spamm. Ah. Aber ich hätt's lassen müssen, Helm. Und den Spaß gehabt hätte. Ah. 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 Da ist noch ein Sniper irgendwo. Oh, da hinten ist ein Sniper. Guck mal. Siehst du denn? Oh ja. Aber da kommen wir nicht hin. Da ist einer gucken. Au. Der Spass-Ding. Hahaha. Hahaha. Die Sau von der Büchse. Ich hab ihn noch gesehen, weil er schon mal mitgesoffen hat. Er schießt durch den Staub, also pass auf. Weit hinten. Natürlich hat er Druck verlassen. Was will er denn? Was hat denn da für Probleme? Ich hab das nicht. Au. Wer ist das? Kannst du den erschießen? Ne. Mit meiner Waffe? Komm ich nicht so weit. Ich könnte ihn theoretisch kriegen. Aber ich muss wissen, wo er liegt. Au. Ich hab ihn getroffen. Ich habe ein bisschen getroffen. Geh weg. Er hat mich umgelegt. Achtung, Auto kommt. Boah, jetzt haben sie es aber ja richtig gegeben. Aber die haben alle Männer aufgeboten, um uns da rauszukriegen. Wir haben endlich hier umgelegt. Das war geil. Dann kommen wir hierher, okay? Ich hänge eine Panzer bei Mr. Nukat. Ach, beim Nukat. Ich spring raus. Es ist mir zu langweilig. Der Panzer fährt nicht mal. Ist das das Dorf, wo wir hin müssen? Nee, völlig falsch. Wo ist denn die Scheiße? Er schießt doch noch in die falsche Richtung. Keine Ahnung. Wo war die Brücke? Das war so schön. Ja. Wo war die Brücke? Mann, geh mir aus dem Weg. Ich bin Arzt. Mann. Au, ich werde dauernd getroffen hier. Da hat ich komm gekrabbelt. Okay. Aber da schießt da einer auf mich. Von allen Seiten. Es ist lebensgefährlich hier. Ich komm. Das riskiere ich. Naja, ich bin gespannt. Gleich fällt er um wie vom Blitz getroffen. Nee, er hat sich geschafft. Wo ist denn der, wo du damit beschießt? Medizin. Nach Noten. Wo ist denn der? Oh, ich hab das hier gar nicht getroffen dahin. Wo sind die? Ich krieg jetzt vor, ja. Ich krieg mit. Jetzt hab ich mal kurz die Beine in die Hand genommen. Ich renne 10 Meter vor. Du schaffst das. Ja. Laub, Forest. Laub. Ich bin da. Oh, hier. Nächste Staubwolke. Geil. Mensch, komm mit. Ich seh dich. Ich seh dein grünes Kreuz. Lass uns wieder von rechts ran, oder? Hier ist doch einer. Schade, da hat mir einer weggeholt. Hat mir auch einer weggeholt. Das war ich. Oh, schießt einer mit einer Schrotflinte. Den hab ich in die Fresse geschossen. Den Schrotflinten heim. Das was geil ist, wenn du vorne weg bist, dann will ich die Kugel fliegen, wo ich auf dich ballen. Dann kann ich direkt zuschlagen. Ich hab... Ah! Ich bin tot. Ich bin auf dem Weg zur Brücke und rette vorher noch hier. Oh, erst die Sahne. Ach nee, schlag die Sahne. Was legst du hier so faul rum, Alter? Mach Gampf. Bist du? Ah. Du müsstest eigentlich irgendwie so Scharfschütze sein oder sowas. Dass wir hier so eine Spawnbox auf so eine Geburtsstation hinstellen können. Geburtsstation? Ja, Samus. Ja, oh nee. Alter, da liegt der rum. Du brennst, du brennst ja. Ja. Ich bin Feuer und Flamme für dich. Ja, super. Bei deinem geilen Arsch. Oh, ich glaube ich bin selber eine Frau, oder? Bin ich eine Frau? Oh, wir haben sie geschafft. Mann. Schwerer Niederlage. 10 zu 16, Schatz. Ja. Ey, ey. Ey, du 29 zu 11, Alter. Bist du des Wahnsinns? Standard. Ja. Wenn mich nicht dauernd retten würdest, hätt ich wenige. Das nächste Mal lass ich dich liegen. Aber, naja gut, du warst ja mal am Spielen. Ich hab jetzt irgendwie schon ewig nicht mehr. Und dann haben wir das letzte Mal zusammen gespielt. Schon 300 oder so. Mhm. Mhm. Ja. 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 Vielen Dank.